Florian Silbereisen und Helene Fischer bleiben trotz ihrer Trennung enge Freunde. Sie unterstützt ihn sogar bei der Aufzeichnung seiner Schlagerstrand-Party, als ein Wolkenbruch drohte. Florian Silbereisen Enge Freundschaft mit Helene Fischer trotz Trennung Wir sind und bleiben beste Freunde. Uns verbindet so viel, wir haben gemeinsam so viel erlebt, das bleibt für immer. Obwohl es ihm zunächst kaum jemand glauben wollte, steht spätestens jetzt fest. Florian Silbereisen, 41, sollte mit seinen gefühlvollen Worten über Helene Fischer, 38, recht behalten. Trotz Trennung teilen beide immer noch Höhen und Tiefen miteinander. Da verwundert es nicht, dass die Schlagersängerin jetzt sogar indirekt zum rettenden Engel wurde. Florian Silbereisen Schon wieder eilt Helene Fischer ihm zu Hilfe. Wie damals, als Helene mit Hilfe eines lang ersehnten Auftrittes Flores das große Schlagerjubiläum aus dem Zuschauerquoten tief holte. Wir berichteten, half sie ihm nun erneut bei der Aufzeichnung seiner Die große Schlagerstrand-Party 2023. Wir feiern die 80er, in Gelsenkirchen. Diese drohte nämlich regelrecht ins Wasser zu fallen. Ein unerwarteter Wolkenbruch zwang das Team zu einer Pause. Die Zuschauer auf den Rängen wollten bereits von dannen Zielen, wie Augenzeugen berichten. Was für ein Schock! Doch zum Glück hatte Silbereisen eine zündende Idee. Er stimmte Helenes Evergreen atemlos an, und prompt begann ein Fan mitzusingen. Immer mehr folgten der Melodie und eine mitreißende Stimmgewalt entstand. Die Stimmung stieg wieder. Flory hatte es geschafft, dank Helene. Sie war zwar nicht persönlich vor Ort. Doch im Herzen begleitet sie Flory nach wie vor. Deswegen war ihm wohl in dem Moment klar. Wenn jemand diese heikle Situation retten kann, dann meine Helene. Schnägen steckst. Das ist nicht so ein Wunschstück in der Zeit. Die Stimme können die